Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem zweiten Nachrichten-Update des Tages, heute am Montag, den 20. Juli. Die Zahl der Spitalspatienten mit dem Coronavirus ist in Österreich am Montag erstmals seit 29. Mai wieder bei mehr als 100 gelegen. 112 Personen waren mit Covid-19 in Krankenhausbehandlung, 16 davon auf Intensivstationen. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden gab es 88 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Aktiv an Covid-19 erkrankt sind in Österreich derzeit rund 1300 Menschen. Rund um die Corona-Cluster in Niederösterreich gibt es neue Folgeinfektionen. Es waren ja im Umfeld einer Wiener Neustädter Freikirche und in einem Schlachtbetrieb in Eggenburg Covid-19-Fälle aufgetreten. Im Cluster der Freikirche hat sich die Zahl der Direktinfizierten jetzt um zwei auf 28 erhöht und es gibt acht neue Folgefälle. Ein weiterer Folgefall wurde auch im Cluster des Eggenburger Schlachtbetriebes gemeldet. 38 Mitarbeiter und fünf weitere Personen sind dort damit jetzt aktuell erkrankt. Der EU-Sondergipfel in Brüssel zum Corona-Krisenpaket geht weiter. Es hat zwar deutliche Fortschritte gegeben, dennoch wurden die Gespräche am Montag gegen 6 Uhr früh unterbrochen und werden am Nachmittag wieder aufgenommen. EU-Ratspräsident Charles Michel hat am Montag früh einen neuen Verhandlungsvorschlag angekündigt. Aus Ratskreisen sickert durch, dass man sich auf 390 Milliarden Euro an Zuschüssen einigen will, die die Mitgliedstaaten nicht zurückzahlen müssen. Der restliche Fonds, also 360 Milliarden, soll dann aus Krediten bestehen. Die Gesprächsbasis bröckelt allerdings immer stärker und die übrigen Mitgliedstaaten schießen sich auf die sparsamen vier ein, darunter Österreich. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat über Bundeskanzler Kurz sogar gesagt, er höre nicht zu, habe eine schlechte Haltung und würde sich nur um seine Presse kümmern. Sebastian Kurz und sein niederländischer Amtskollege Mark Rutte stehen besonders im Fokus. Mit dabei bei den sparsamen oder den geizigen vier, je nach Auslegung, sind auch Schweden, Dänemark und neuerdings auch Finnland. Nachdem der Gipfel in Brüssel noch andauert, müssen wir auch auf die Entscheidung über eine neuerliche Maskenpflicht noch ein wenig warten. Bundeskanzler Kurz muss noch in Brüssel bleiben. Wenn er zurück ist, wollen sich die Regierungsmitglieder am Dienstag physisch treffen. Da soll geklärt werden, wo genau die Maske wieder zur Pflicht wird und wo sie weggelassen werden darf. Danach gibt es eine Pressekonferenz. In einigen Wochen startet die Sommerschule. Eine Chance für jene Schüler, die am Höhepunkt der Corona-Krise zurückgefallen sind. Wenig später, im Herbst, soll der Unterricht großflächig und möglichst normal wieder anlaufen. Wie das alles inmitten einer Pandemie funktionieren wird, darüber habe ich mit Bildungsminister Heinz Faßmann gesprochen. Herzlich willkommen. Ja, grüß Gott. Herr Minister, Thema Sommerschule starten wir gleich damit. Das ist ja in ein paar Wochen soweit. Da sind jetzt fast 23.000 Schülerinnen und Schüler angemeldet. Es soll vor allem um das Festigen von Deutsch als Unterrichtssprache gehen. Gleichzeitig sagen Sie aber, es ist kein Pauker-Kurs. Das heißt, es soll locker sein. Es ist kein Stoff vorgegeben. Gleichzeitig sind da aber einige Wochen an Homeschooling wettzumachen. Können Sie uns konkret in Hand von Beispielen sagen, was da jetzt in dieser Sommerschule, vier Stunden am Tag, fünf Tage die Woche, passiert? Ja, es soll in der Tat kein Pauker-Kurs sein. Es soll auch keine Bestrafung sein, sondern eher eine Chance, dass man das nächste Semester gleichsam mit dem richtigen Sprungbein beginnt. Was wir uns überlegt haben, ist ein interessantes didaktisches Konzept. Gleichsam ein Werkstück soll in diesen 14 Tagen erbracht werden. Vielleicht eine Aufsatzsammlung. Bei der Aufsatzsammlung muss man sprechen, man muss schreiben, man muss korrigieren. Es entsteht eine Interaktion zwischen den Lehrenden und den Lernenden. Und am Ende ist vielleicht ein Werkstück, welches man auch stolzen Eltern übergeben kann. Das Herstellen von Erfolgserlebnissen ist für Kinder und Jugendliche enorm wichtig. Da ist die Note ganz irrelevant, sondern eben, es soll etwas übrig bleiben neben den eigentlichen Erkenntnissen. Das ist auch das, warum ich sage, das ist ein interessantes Experiment. Klingt fast ein bisschen wie ein lockererer Deutschunterricht eigentlich. Ja, es soll auch ein lockerer Deutschunterricht sein. Es soll viel gesprochen werden, vielfältig gesprochen werden. Man kann ohne weiteres auch andere Fächer hineinnehmen. Wie ist das eigentlich, weiß nicht, mit einer bestimmten mathematischen Aufgabenstellung, dass man darüber spricht. Sprechen, korrigieren, gleichsam, so vielfältig wie das Leben auch ist, soll sich in der Sommerschule widerspiegeln. Gruppengröße ist maximal 15, wenn ich das richtig umkomme. Maximal 15, aber es werden kleinere Gruppen sein und ambitionierte Lehrende. 23.000 Schülerinnen und Schüler, das ist ungefähr die Hälfte jener, von denen man sagt, also die Hälfte der Zielgruppe, die während des Lockdowns, während des Homeschoolings ein wenig zurückgefallen ist. Das ist gut, das bleiben aber immer noch Zehntausende Kinder und Jugendliche, die weder während des Lockdowns sozusagen von der Schule erreicht werden konnten, noch jetzt in der Sommerschule nachholen werden. Was passiert mit Ihnen? Naja, es ist ein Angebot. Ich sage, wo die Quelle ist, aber trinken muss man selber. Ich bin hier gegen eine Verpflichtung, weil Verpflichtung würde auch heißen, wir müssen es dann überall vollkommen flächendeckend in Österreich diese Sommerschule organisieren. Und es ist das erste Mal, dass in unserem Bildungssystem so etwas wie eine Sommerschule stattfindet. Daher sage ich, großartiges Angebot, großartige Resonanz. Und die anderen, die das nicht in Anspruch nehmen, das ist auch deren eigene Hohlschuld. Wie gesagt, man muss dann selbst an der Quelle stehen und trinken. Es sind aber dennoch Kinder und Jugendliche, die in ein paar Jahren auf den Arbeitsmarkt müssen werden. Ja. Die da Nachholbedarf haben. Aber es gibt doch eine Eigenverantwortung in unserer Gesellschaft. Ich glaube, dass die öffentliche Hand Angebote schaffen muss, sozusagen Opportunitäten. Aber nützen muss man diese natürlich selber. Klar ist jedenfalls, dass mit Herbst spätestens wieder zehntausende Schüler in die Schulen strömen, zehntausende Studentinnen an die Universitäten. Und gleichzeitig ist die gefürchtete zweite Welle in aller Munde. Sie haben schon gesagt, an den Unis wird es etwas heikler als an den Schulen. Wie sieht denn konkret der Plan für das Wintersemester aus? Ja, es strömen nicht nur Zehntausende, sondern Hunderttausende. Also eine ganze Menge. Der Herbst wird sicherlich kritisch werden. Es wird kein einfaches Semester werden. Warum wird es kritisch werden, weil wir dann sozusagen die Mischung zwischen einer möglichen Corona-Infektion und der normalen Influenza, diese Mischung wird schwierig machen, zu identifizieren, wer ist jetzt Corona erkrankt und wer hat nur einen ganz normalen Schnupfen oder Husten. Das wird, glaube ich, viel Unruhe ins System hineinbringen. Das ist eine Herausforderung, mit der wir uns auseinandersetzen. Wir überlegen derzeit parallel zu der sogenannten Ampel auch eine Ampel oder die Konsequenzen der Ampel für die Schulen. Was bedeutet das, wenn es grün ist, gelb ist, orange ist, rot ist und wie können wir das für das Schulsystem übersetzen? Wie sieht es aus mit Kindergärten und mit Universitäten? Sie wissen, dass Kindergärten jetzt nicht meine primäre Kompetenz ist. Wir werden aber sicherlich im Bereich der Kindergärten uns öfters öffentlich zu Wort melden, weil es erfordert, glaube ich, auch ein öffentliches Votum, wie die unterschiedlichen Betreiber von Kindergärten vorgehen sollten, ohne dass wir das jetzt aufgrund unserer Kompetenzlage zwingend vorschreiben können. Universitäten sind autonom, aber wir diskutieren derzeit auch mit den Universitäten, wie sie vorgehen können. Wir denken, dass es so eine Art hybrides System sein wird. Präsenzlehre dort, wo es machbar und notwendig auch ist. Ich denke an eine Laberübung, an die künstlerische Ausbildung und vielleicht eher hybrides unterrichten, digitales Unterrichten bei Großlehrveranstaltungen, weil es halt schwierig ist, nachher auch Infektionsquellen zu identifizieren. In einem Hörsaal kommen nicht immer die gleichen Studenten, sie sitzen nicht immer am gleichen Platz. Also hier ist die Rückführbarkeit eine schwierige, schwierigere, als es vielleicht in der Klasse ist, wo ich ganz genau weiß, diese 22 Schüler sind anwesend gewesen. Das diskutieren wir derzeit mit den Universitäten, aber es ist klar, wir müssen schauen, dass das Semester ordentlich über die Runden geht. Jetzt ist natürlich digitaler Unterricht an einer Uni viel leichter zu bewerkstelligen als an einer Schule. Die meisten Unis haben Moodle, dieses E-Learning-System und jeder Student kann sich einloggen und Studenten sind auch in einem Alter, wo sie eigenverantwortlich sind. Das sind Schüler je nach Schulstufe noch nicht in dem Ausmaß und vor allem ist es ja auch so, dass daran arbeiten sie gerade, aber derzeit ist es noch so, dass an Schulen nicht immer ein einheitliches E-Learning-System besteht, nicht immer die Möglichkeit besteht, für die Eltern in Kontakt mit den Lehrern zu sein. Wie weit wird man da im Herbst sein, dass man sagt, im Falle einer zweiten Welle, wie viel besser wird dieses Homeschooling dann funktionieren, als es beim ersten Mal funktioniert hat? Also um wie viel besser es sein wird, darauf möchte ich mich nicht einlassen, aber es wird besser sein. Das ist für mich gar keine Frage. Wir arbeiten daran und wir ersuchen auch die Schulen, sich einer Lernplattform zu verschreiben, damit Schüler, aber auch Eltern im Hintergrund nicht unterschiedliches immer lernen müssen. Eine einheitliche Kommunikationsschiene pro Schule ist für mich eine wünschenswerte Sache. Wir wissen auch, dass das Distance Learning in der Sekundarstufe, insbesondere Sekundarstufe 2, besser funktioniert, vielleicht öfters zum Einsatz kommen kann, als es bei der Primarstufe oder auch bei der Sek 1 ist. Dort werden wir schauen, so lang wie möglich ganz normalen Unterricht zu organisieren, weil es ganz klar ist, der Unterricht, auch der persönliche Unterricht mit Kontakt zu den Mitschülern, aber auch zu den Lehrern und Lehrerinnen kann nicht durch ein Endgerät untersetzt werden. Können Sie denn ganz klar ausschließen, dass es im Herbst zu einer Wiederholung der Situation kommt, dass die Verantwortung für die Kinderbetreuung, die Verantwortung für den Unterricht hauptsächlich wieder bei den Eltern, allen voran bei den Müttern liegt? Naja, ich kann es dahingehend nicht ausschließen, weil ich nicht die Infektionslage insgesamt vorhersehen kann. Das ist ja ein Teil auch des Ampelsystems und der abgestuften Vorgangsweise. Aber wenn es so ist, wie es jetzt ist, wo wir Infektionen haben, die mal ein bisschen mehr sind, ein bisschen weniger sind, wo ich vielleicht auch eine klare lokale oder regionale Verortung dieser Infektion durchführen kann, dann kann ich schon dafür sorgen, dass Schule stattfinden wird. Vielleicht nicht dort, wo ich gerade eine lokale Häufung von Infektionsfällen haben. Dort müssen wir dann vorgehen, nicht? Dass Klassen vielleicht in Quarantäne sind oder auch dann, wenn man es nicht in den Griff bekommt, eine Schule. Aber ich will weg von dieser großflächigen Schließung von Schulen kommen, weil ich ganz genau weiß, dass damit vieles an die Eltern delegiert werden, die dann in einer doppelten Drucksituation sind. Unterricht zu Hause, Erwerbstätigkeit managen. Das möchte ich gerne in der Fläche den Menschen ersparen. Und in einem Hotel in Hermagor in Kärnten hat sich ein Fuchs in der Nacht auf Montag über den Balkon geschlichen und zwei Hotelgäste in deren Zimmer gebissen. Ein 51-jähriger Urlauber aus Niederösterreich und ein zehnjähriger Bub aus der Steiermark wurden verletzt. Der Vater des Zehnjährigen konnte das Tier schließlich vertreiben. Das waren soweit die Themen für heute. Ich hoffe, Sie sind an diesem Montag gut erholt und vor allem gesund in die Woche gestartet. Und ich freue mich, dass Sie bei uns sind.